hallo ihr lieben ich wollte eigentlich nur mitteilen dass jetzt eine dass ich eine pause bei youtube einlegen und zwar so bis anfang oktober wahrscheinlich weil ich einfach gerade eine kreative schaffenspause brauche einfach für mich um wieder ein bisschen kraft zu tanken und wieder so ein bisschen neue ideen zu kriegen also es ist nichts passiert oder sowas aber ich brauche jetzt einfach mal eine kleine kreativ und schaffenspause das habe ich zwar noch nie so gemacht aber ich möchte das jetzt einfach mal für mich machen und neue kräfte sammeln und neue ideen und dann eben mit vollem elan wieder zurückzukehren genau das wollte ich eigentlich nur sagen für alle die mir jetzt nicht auf instagram folgen dachte ich ich sage jetzt hier und deswegen war es uns eigentlich schon von mir und dann sehen wir uns frisch und munter im oktober wieder bis dann